Hey aus Kopenhagen, ich bin Jens. Und ich bin Lars. Wir stehen hier im Tivoli, dem dänischen Disney World. Ist ein bisschen eine Nummer kleiner, aber das ist Kopenhagen ja auch und Dänemark sowieso. Und hier gibt es vor allen Dingen eine Achterbahn. Und das ist der Grund, warum ich Jens hierher gebracht habe. Denn ich wette, dass Jens es nicht schafft, unseren deutschen Beitrag von Elaisa, Is It Right, während einer Achterbahnfahrt zu singen. Meine Wette ist also, du schaffst es nicht, so lange zu singen, bis wir wieder ankommen. Wenn du das schaffst, hast du gewonnen, sonst bin ich der Sieger. Ich gewinne. Wetten, dass? So, wir sitzen in der Achterbahn. Is it right? 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 He's got a pain in his hand. A piece of paper. Aargh, staring back! Aargh! 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 Is it right? Is it right? I-I-I-I-I-I-I-I-I-It! Is it right? I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-IT! So Jens, wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir ging es nicht schlecht. Dir ging es vielleicht nicht schlecht, dem Gesang ging es allerdings nicht wirklich gut, fand ich. Über ein Ayayaya bist du nicht im großen Sinne hinausgekommen. Eine Zeile wurde noch versucht. Insofern muss ich sagen, Respekt. Also ich würde sagen, is it right or is it wrong? It is right. Das war ein richtiger Versuch mit einem gescheiterten Ergebnis. Also ein Punkt für den Versuch, null Punkte für die Wette. Es tut mir leid, aber es gibt ja noch andere Versuche. Na warte Lars, warte mal ab bis morgen. Da habe ich mir nämlich schon was ausgedacht. Ich bin gespannt. Bis dann. Bis dann.